Hunt Showdown ist ein Western-Battle-Royal-ähnlicher Shooter. In diesem Spiel landen 12 Jäger auf einer mit Zombie verseuchten Karte. Die Jäger haben die Aufgabe, Hinweise zu sammeln, um das Bossmonster, den sogenannten Contract, ausfindig zu machen. Nachdem sie ihn ausfindig gemacht haben und besiegt haben, müssen sie diesen verbannen. Die Verbannung nimmt 5 Minuten in Anspruch und ist über die ganze Karte ersichtlich. Nach der Verbannung hinterlässt die Leiche eine Trophäe, welche ebenfalls auf der Karte für die Jungen-Spieler angezeigt wird. Es gilt die Trophäe zu den U3-Ausgehen auf der Karte zu bringen und mit seinem Jäger erfolgreich auf der Jagd zurückzuklären. Zwei Fliegen-Alpen sind vor mir. Hm. Ich würde trotzdem die wegmachen und einfach die ins Weitere nicht. Können wir machen, ja. Machst du die weg, die Linke? Hm. Oh, die Linke ist schon da da gelassen. Ja, wir wissen nicht eh, dass wir hier sind. Hier vorne? Ja. Habein? Schön. Oh, das war ein sehr schöner Schuss. Sekunde später hätte ich geschossen. Oh Gott. Hier hinten ist auf jeden Fall das Torben. Okay. Ich geb ihn grad an, leider. Bei mir rennt einer, der hat mich auch noch nie gesehen, der rennt hier außen rum. Alles klar. In deine Richtung. Ich, Jörn? Ich könnte runter zum Boss gehen hier, ich hab hier meine Steps, meine Rotten. Der hat hier grad geschossen. Der ist da, der hat eine Sprengnatze. Der ist hier hinter den Links, der ist oben auf den kleinen Steinjügeln. Er ist gleich tot. Blutet aus. Ausgeblutet ist er. Gibt's. Ähm, ich wollt alle liegen lassen erstmal und gleich die Tropfe hier aufheben und schauen. Hm. Ähm, gehen wir gleich beide gemeinsam, oder? Ich komme zu dir. Kann man machen, ja. gut macht. Kann man sich jetzt gehen? Na? Ich komme gleich noch an. Ja. Ja. Ja, die Industrie. niemanden? So, die haben alle Naka-Waffen gespielt. Oder nicht alle, aber... Bei Nein wissen wir es nicht. Denk jetzt, Kräwer. Doppelkontrakt. Komm, ich fühl's. Ich fühl's richtig. Waren die schon noch runtergekommst? Waren die schon noch runtergekommst? Ja, die waren noch runtergekommst? Waren die schon noch runtergekommst? Ja, die waren noch runtergekommst. Ja, die waren noch runtergekommst. Ehm... Rand-Munition. Oh, wir gehen einfach... Wir gehen einfach wieder weg. Wir müssen halt den großen Bogen machen, weil wenn die auf dem Fernfahren und Hütten haben, die sind nicht doofs. Ähm, und die haben Ahmbäuser. das wäre schon gut oder nicht denk ich ich brauche es etwas ätzend ich mache es so wie auch trotzdem max lauf doch mal weg ich hatte mich gerade geheilt die kommen uns entgegen oder naja die kommen mit zu uns rum vielleicht wollen die dass wir auf die wappen das kann wohl sein wir können uns dazu pressen oder mal hinstellen vielleicht wollen die uns zweiten die einzige chance auf den doppel bau die reist die hier hinten Okay. Einer ist hier schon close dahinter. Okay. Ich habe einen guten Hit gedrückt. Kinken. Mhm. Wenn wir die Lades werfen, gehe ich ja ein richtig dummes Haus. Wirklich. Ja, ja klar. Try me. Da hinten ist einer unten. Unterhalb, also von meiner Richtung aus. Einer ist hier vorne. Das ist der mit der... Brand Miso. Hab ein. Ach, dann war jetzt wieder er da. Der eine hinten ist noch da. Ähm, und der hier unten, und da halt... Da unten am Wasser. Mhm. Falls der am Wasser war. Da kann auch... Da war dort eine Ecke. Ja. Der bangt mich. Ja. Ich hab ihn grad hinten... Oder was? Ich hab ihn grad da hinten gesehen. Ich muss mich rein. Ja. 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 Außerhalb vom Zaun. Natürlich. Seht er mich so gut? Ja. Hier vorne. Unten. War grad einer. Ja. Hinter dem... dem Stall. Hab einen. Gut. Bin runtergefallen. Nicht so gut. Hier unten anscheinend. Wassersteps. Mhm. Bei unten am Wasser. Ja. Warte. Ich lag trotzdem nach. Gehen wir auch beide rum. Rum. Oh. Ich seh nicht. Bin hinter ihm. Okay. Natürlich verfehlt. Hallo. Ich hab deinen Rücken, falls... Na jetzt hab ich nicht mehr den Rücken. Hat nen Hit. Fast tot. Nett. Ey. Ey.